Wir sind immer noch beim idealen inelastischen Stoß und wollen uns in diesem Video eine Formel herleiten für die Energie, die von kinetischer Energie in innere Energie umgewandelt wird. Und ihr seht jetzt vor euch eine vollgeschriebene Tafel. Ich sah mich gezwungen, das so zu machen, denn das hier sind so lange Färme. Wenn ich die jetzt live im Video schreiben würde, dann würde ich so viele Vorzeichenfehler machen und es wäre einfach so unübersichtlich. Und ich würde auch von der Schrift her wahrscheinlich total lässig schreiben, dass ihr das überhaupt nicht lesen könnt. Von daher tue ich euch glaube ich einen größeren Gefallen, wenn ich das so mache in diesem Fall. Und ja, ich werde dazu jetzt nur ein paar erklärende Worte sagen. Und zwar haben wir hier wieder unseren Fall, dass Kugel 1 auf Kugel 2 rollt und beide zusammen weiterlaufen. Das ist ja sozusagen der Grundsatz des idealen inelastischen Stoßes. Und wir müssen jetzt erstmal ein paar Überlegen zur Energie machen. Also, Kugel 1, die hier lang rollt, hat die Masse M1 und die Geschwindigkeit V1. Demnach hat sie eine kinetische Energie von 1 halb mal M1 mal V1 zum Quadrat. Kugel 2 hat eine Masse von M2 und eine Geschwindigkeit von V2. Demnach eine kinetische Energie von 1 halb mal M2 mal V2 zum Quadrat. Da das hier und das hier dasselbe System ist, muss nach Energieerhaltungssatz dort dieselbe Energiemenge vorhanden sein. Von daher können wir sagen, das muss gleich der kinetische Energie von dem hier sein. Und die kinetische Energie von dem hier ist 1 halb mal die beiden Massen der Kugel zusammen, M1 plus M2 mal U Quadrat. Denn die Geschwindigkeit dieser beiden Kugeln ist ja U. Das haben wir im letzten Video hergeleitet. Und außerdem haben wir gesagt, dass beim inelastischen Stoß ein Teil der kinetischen Energie auch in innere Energie umgewandelt wird. Deswegen müssen wir da hinten noch ein Plus I ergänzen. So, und da wir den Teil der inneren Energie wissen wollen, müssen wir das Ganze jetzt nach I auflösen. Dazu nehmen wir erstmal Minus 1 halb mal M1 plus M2 mal U Quadrat, damit dieser Teil hier von der Seite verschwindet. So, das habe ich hier im nächsten Schritt auch gemacht. Ich habe hier gleich noch die 1 halb ausgeklammert, denn die sind auch in jedem Summanden drin. Von daher können wir das auch durchaus tun. Und dann steht da 1 halb mal M1 mal V1 Quadrat plus M2 mal V2 Quadrat minus M1 plus M2 mal. Und jetzt habe ich für U auch gleich diese Formel hier eingesetzt. Das haben wir ja im vorigen Video, wie schon gesagt, hergeleitet. Deswegen können wir das auch durchaus machen. Und wir müssen es natürlich zum Quadrat nehmen, weil hier steht ja U Quadrat. Und dann müssen wir natürlich auch den Teil hier zum Quadrat nehmen. Gut. In der nächsten Zeile dann haben wir wieder ein halb. So, jetzt hier Vorsicht. M1 mal V1 zum Quadrat steht hier auch. M2 mal V2 zum Quadrat steht hier auch. Mal M1 plus M2. Das steht hier nicht. Das haben wir aber gemacht aus dem Grund. Wir haben hier erweitert. Wir haben es sowohl in den Zähler als auch in den Nenner geschrieben. Das kann man eigentlich mit jeder Zahl machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zahl 3 nehme, dann kann ich hier die ja durchaus umschreiben in 3 mal 4 geteilt 4. Solange ich die 4 nämlich im Zähler als auch im Nenner ergänze, ändert sich ja nichts. Die 4 kann hier jederzeit wegkürzen. Dann steht ja wieder 3. Das heißt, das hier ist durchaus erlaubt. Ob es Sinn macht oder nicht, ist dann die andere Sache. Und in diesem Fall hier macht es dann tatsächlich Sinn, weil wir den Term auf diese Weite später ein bisschen vereinfachen können. So, also hier einfach nur mit M1 plus M2 erweitert. Okay, akzeptieren wir. Minus die M1 plus M2 habe ich jetzt hier in den Bruch mit reingezogen. Dann haben wir M1 plus M2 geteilt durch M1 plus M2 zum Quadrat. Das heißt, die hier kürzen sich weg und im Nenner bleibt einmal übrig. Und der obere Teil ist weiterhin zum Quadrat. Gut, an dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein mit unserer Live-Übertragung. Ich wünsche den oberen Teil mal weg, damit ich es da wieder schreiben kann. Und da wollen wir jetzt noch den Rest der Formel herleiten, wobei ich noch eine kleine Bitte an euch habe, sage ich jetzt mal. Denn diesen Teil jetzt, also wir machen jetzt folgenden Schritt. Wir schreiben das Beides jetzt auf einen Bruchstrich. Es hat ja den selben Nenner, von daher können wir das ja durchaus tun. Das heißt, wir machen das auf einen Bruchstrich. Zack, und das Minus hier oben. M1 plus M2. So. Und ich bitte jetzt um Verständnis, dass ich diesen Term hier jetzt nicht live hier an der Tafel auflösen werde. Wenn ich das machen würde, dann würde ich am Ende da hinten an der Wand weiterschreiben müssen, weil der doch wirklich extrem lang ist. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt wirklich interessiert, wie, was genau da wie passiert, dann müsst ihr selbst auflösen. Ihr braucht einfach nur hier, das hier auszumotifizieren. Hier haben wir die binomische Formel. Und wenn ihr alles richtig macht, dann müsstet ihr am Ende auf folgende Zeile kommen. Und zwar ein Halb mal Klammer auf M1 mal M2 mal V1 zum Quadrat plus M1 mal M2 mal V2 zum Quadrat minus 2 mal M1 mal M2 mal V1 mal M2. Nein, mal V2 geteilt durch M1 plus M2 ist gleich I. Also, wenn man diese Zeile hier oben im Zehner weitestgehend auflöst und alles zusammenfasst, dann müsstet ihr auf diese Zeile hier kommen. So. Das heißt, ich lüsche die hier unten mal wieder weg. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und mache hier oben jetzt weiter. Und hier könnte einem jetzt auffallen, dass man hier in jedem Summanden M1 mal M2 hat. Und das heißt, das können wir auch ausklammern. Das heißt, wir sagen ein Halb mal, wir klammern M1 mal M2 aus. Und gleichzeitig ziehen wir das hier auch noch von den Bruch. Das können wir auch durchaus machen. Wir können ja, das zeige ich gleich. Wenn man, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Was ist denn ein gutes Beispiel? Was ist denn ein gutes Beispiel? Wenn wir 3 plus 3 mal 4 haben und das geteilt durch 5 nehmen, dann können wir die 3 und die 5 ja auch ausklammern. Wir können sagen, 3 geteilt durch 5 mal 1 plus 4. Oh, kann ich eigentlich auch in die Mitte schreiben. Das sieht besser aus. 1 plus 4. Das heißt, man kann diesen Bruch hier auch rausziehen vom Prinzip her. Klar? Also, das machen wir. Wir ziehen das M1 plus M2 auch mit raus und sagen dann eben mal, so dass wir gucken, was bleibt drin. M1 mal M2, wenn wir außen klammern, dann bleibt V1 Quadrat drin plus V2 Quadrat minus 2 ist noch drin und V1 mal V2 ist noch drin. 2 mal V1 mal V2 ist gleich I. So. Jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit. Der Mörderterm, den wir am Anfang stehen hatten, hat sich jetzt soweit vereinfacht. Und nun können wir noch sehen, dass hier eine binomische Formel vorliegt, denn wenn wir das Ganze mal ein bisschen umschreiben, und zwar sagen V1 minus 2 mal V1 mal V2 plus V2 zum Quadrat, dann sieht das Ganze schon viel mehr nach binomischer Formel aus. Da kann man nämlich sehen, aha, das ist die zweite binomische Formel. Und wer es mit binomischen Formeln auskennt, der weiß, dass er das dann wie folgt zusammenfassen kann. 1 halb mal M1 mal M2 geteilt durch M1 plus M2 mal V1 minus V2 zum Quadrat. Oder eben andersrum. Man könnte jetzt auch sagen, V2 minus V1 ist ja eigentlich völlig wurscht, egal, dann kommt dasselbe raus. Und ja, das ist eben unsere Formel für die kinetische Energie, die in die Energie umgewandelt wird. Und ich hoffe mal, ihr konntet dem jetzt alles folgen. Es tut mir selber ein bisschen leid, dass das Video jetzt so unübersichtlich geworden ist. Aber ich glaube, bei der Sache geht es einfach nicht anders, denn da kriegt man halt nur mal so einen Formelbrei. Und wer das Video zum elastischen Stoß gesehen hat, bzw. es noch sehen wird, der wird das vielleicht schon kennen, dass es da ein bisschen unordentlich zugeht. Egal, was wichtig ist, ist eigentlich nur die Formeln, die können ja meinetwegen auch auswendig lernen. Man muss das Rad ja nicht immer neuer finden, man muss die sich ja jedes Mal an der Klausur herleiten. Sondern man kann ja einfach die Formel hier benutzen. Das heißt, in dem Fall sagst du bei ich mal, okay, das hier, das kann man auswendig lernen, das muss man nicht jedes Mal neu herleiten. Joa, ansonsten war es das von der kinetischen Energie zur inneren Energie. Und ja, mal schauen, was noch so kommt im Thema Ideal, elastischer Stoß.